Hallo zusammen, mich hier ist wieder Heutschla und schau euch wieder für euren Battlefest. Und zwar gibt es heute wieder so ein Angelsack-Opening. Ich habe wieder nämlich 20 Säcke insgesamt zusammengespart und dementsprechend wollen wir die heute öffnen. Wir sind jetzt nämlich bei, ich glaube das letzte Mal waren wir bei 260 Säcken und ja, wir müssten heute bei 280 rauskommen und ich hoffe, dass wir die Angel, die letzte, die ich brauche für mein Transmog-Set, drin haben, dass wir nicht über die 300 Säcke kommen. Weil so langsam, ne, so langsam müssen wir gut mit Angel-Dailys machen. Gut, dann würde ich sagen, starten wir durch. 20 Säcke, ich hoffe inständig, dass sie diesmal drin ist. Eine habe ich ja schon gekriegt vor einigen Tries tatsächlich schon, also ja, so langsam wäre mal wieder eine drin. Die Chance ist leider nicht ganz so gut hier für den Säcken. Und zwar bei den kleinen Grünen hier, also bei den Hellgrünen, ist sie 0,3% in etwa und von den großen oder, ja, von den ein bisschen dunkleren hier ist sie bei 0,5% zumindest laut hier, wie wir wir hätten. Oh wei, es sieht schon wieder danach aus, dass nichts drin ist. Zwei Säcke haben wir noch. No, bitte. Ja, Leute, das war mal wieder eine Nullnummer. Einfach mal gar nichts. Ich habe nicht mal so eine Angel-Quest gekriegt, ne. Nicht, dass mir die was helfen würde, aber zumindest mal was anderes, außer hier Köder und irgendwelche Grau-Items. Gut, dann werden wir wohl anscheinend doch an die 300 Säcke rankommen. Sollte wieder nicht sein. 280 Säcke haben wir jetzt insgesamt. Und ja, wir sehen uns dann das nächste Mal, wenn ihr wollt, wenn ich wieder insgesamt 20 weitere Säcke gesammelt habe. Und dann sehen wir uns da wieder. Euer Tela, bis dann. Ciao.